So, wenn ihr die Isolationsübung jetzt schon ausprobiert habt und auch mal die volle Atmung, Bauch, Rücken, Brust, dann lasst uns doch gemeinsam mal für zwei Minuten das ausprobieren und üben. Bauch, Rücken, Brust und dann langsam wieder ausatmen. Also richtet euch nochmal auf oder legt euch nochmal bequem hin. Und ihr könnt schon mal die Augen zumachen und anfangen nur in den Bauch zu atmen. Der Timer beginnt jetzt. Wir atmen in den Bauch. In die Rippen, in den Brustkopf. Und dann entspannt, passiv die Luft wieder ausfließen lassen. Und rauch, Rippen, Brustkopf. Wenn euch meine Geschwindigkeit zu schnell oder zu langsam ist, passt sie nicht an mich an, sondern atmet genauso wie es für euch angenehm ist. Und dann geht's ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zwei Minuten sind um. Ihr könnt wieder die Augen öffnen, falls ihr geschlossen hattet. Ich habe noch einige andere Ideen für Übungen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann bitte schreibt mir das auch, damit ich weiß, dass ich etwas tue, das euch interessiert. Okay. 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 Okay.